Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 140. Heute wieder im Duo, liebe Anja. Der Alex ist noch in Südafrika, aber ich sag mal so, diese Nach-Oster-Woche, die kriegen wir auch gemeinsam hin, oder? Ich denke auch, ich denke auch, dass wir das schaffen. Ich habe gestern mit dem Alex ein bisschen geschrieben. Die haben so einen Kochkurs gemacht bei so einer Südafrikanerin daheim. Oh, haben die sich ein Süppchen eingebrockt? Ein Süppchen eingebrockt und ich möchte es an dieser Stelle sagen, damit er mehr unter Druck gesetzt ist. Ich finde, er sollte das mal für uns nachkochen. Absolut. Also ich finde, so einen Stammtisch mit Abendessen haben wir eh schon lange nicht mehr gemacht. Ich erinnere mich, wir waren mal bei dir beim Schweinebratenessen. Schweinebratenessen. Also ich finde, da kann der Alex seine neuen südafrikanischen Kochkünste schon mal rausholen, finde ich. Definitiv. Stichwort Essen, ein bisschen Frustessen im Löwenkosmos ist, glaube ich, momentan auch sehr, sehr angesagt. Oh, da wüsste ich jetzt gar nicht mehr, was ich alles in mich reinhinderieren sollte. Ich sage mal, man konnte es am Wochenende wahrscheinlich unter dem Deckmantel des Osterschmauses so ein bisschen vielleicht verstecken. Aber liebe Anja, man muss schon sagen, das war ein März zum Vergessen. Null Punkte. Auch das Spiel bei Freiburg 2 beim Schlusslicht ist verloren gegangen. Und ich bin über eine Bauernregel gestolpert. Ich hoffe, dass wir die, ich versuche die jetzt mal positive reinzunehmen, um mich positiv an ihr, an mich an ihr aufzuhängen. Was der März nicht will, holt sich der April. Das wäre jetzt so meine Hoffnung für 60 München. Hoffnung? Glaubst du dran? Ja, ich gebe mir Mühe, daran zu glauben. Aber bevor wir dann gleich mal vorausgucken, was uns denn Hoffnung machen kann, glaube ich, muss man tatsächlich nochmal in den Rückspiegel gucken. Wie gesagt, der März, kein Punkt tatsächlich. Also man kam mit einer wunderbaren, ungeschlagenen Serie in den März hinein. Jetzt hat man eine ganz böse Niederlagenserie kassiert. Selbst wenn man das Testspiel gegen den Linzer ASK, gegen den Lask ausklammert, sind wir halt jetzt bei mittlerweile vier Liga-Pleiten in Folge. Wir haben vor der Länderspielpause gesagt, ja, das ist jetzt ein richtig, es ist richtig doof gelaufen und haben aber dazu noch gesagt, naja, das war ein Top-Spiel-Trio gegen Ulm, gegen Dresden und gegen Münster. Dass du da verlierst, das kann passieren. Das Wie war ärgerlich, weil da wäre mehr drin gewesen, aber unterm Strich, wenn du gegen Aufstiegsaspiranten verlierst, vor allem stets mit nur einem Torunterschied verlierst. Das ist ärgerlich, aber okay, könnte man verschmerzen. Du bist mit einem nicht so optimalen Gefühl in diese Länderspielpause gegangen und hast die Hoffnung gehabt, naja, okay, wir gastieren jetzt beim SC Freiburg 2, beim Tabellenschlusslicht, dass es wieder ein bisschen besser in Form ist, aber auf dem Papier, ja, dann muss es halt im Breisgau klappen. Hat es nicht. Hat es nicht und hat es leider auch in der Form nicht. Das ist für meinen Geschmack unter Akirius Janik ist auch noch das schwächste Spielbar und das ausreden beim Tabellenletzten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist jetzt ein echter Showstopper. Jetzt bist du für meinen Geschmack doch nochmal in dieser verdammt blöden Situation, dass du ja eigentlich super in der Tabelle dargestanden bist, vor allem im Vergleich zum Winter. Du hattest 14 Punkte Vorsprung auf den, ähm, auf die Abstiegszone. Jetzt sind es halt nur noch deren Sechs. Und da müssen in Giesing die Alarmglocken schrillen und ich glaube auch bei dem einen oder anderen, wie schrillt es bei dir auch? Bei mir hat es ja schon vor der Länderspielpause geschrillt, dass ich gesagt habe, du musst es gewinnen, um nicht in den negativen Strudel reinzukommen. Deswegen, ähm, sag ich mal so, jetzt wird es schon zur langanhaltenden Talfahrt wieder. Wir haben lange gesagt, der Trend ist der Löwen-Friend. Jetzt ist das definitiv nicht mehr. Definitiv nicht. Vor allem, weil im Keller halt durchaus auch gepunktet wurde. Ähm, da unten strecken sich jetzt auch die Mannschaften schön langsam und riechen nochmal so ein bisschen oder blicken nochmal in so einem leichten Hoffnungsschimmer entgegen. Jetzt klammern wir mal Freiburg 2 aus, auch wenn die wirklich in den vergangenen Wochen nochmal sich richtig lang gemacht haben. Liebe Grüße an Niki Lang. Ähm, aber wenn du mal so guckst, der MSV Duisburg fünf Punkte entfernt vom rettenden Ufer, äh, der Hallesche FC zwei Punkte entfernt. Ähm, Waldorf Mannheim hat sich von den Abschließplätzen runtergearbeitet, ähm, mit einem Last-Minute-Sieg jetzt am Wochenende beim BVB 2. Das, das einzig Positive ist bei 60 momentan, das ist das Torverhältnis. Da bist du jetzt gerade bei plus minus null. Im Gegensatz zu den anderen stehst du da richtig gut da. Also es ist schon so ein kleines Faustpfand. Aber es sind halt wirklich jetzt nur noch sechs Punkte Vorsprung. Und, ähm, nee, nee, ähm, da muss jetzt ganz, ganz schnell die Wende gefunden werden. Und wie gesagt, bei dir waren die Alarmglocken schon früher an, bei mir sind sie jetzt an. Und wenn du, oder fang mal, sagen wir anders, ähm, Akiros Janikis ist ja jemand, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Der lässt keine Euphorie aufkommen. Immer vorsichtig. Ähm, war aber auch einer, der sich vor seine Mannschaft immer gestellt hat. Aber es gab ja bisher auch noch nicht so wirklich was, wo du gesagt hast, da müssen wir jetzt, da muss ich jetzt irgendwas fernhalten oder so. Ähm, er ist von seinem Weg, ich will nicht, ich will nicht abweichen, ja, ähm, aber er hat seinen Weg jetzt so ein bisschen verlassen. Ich glaube auch, weil er erkannt hat, oh, jetzt, jetzt haben wir einen Schlendrian drin. Er ist für seine Verhältnisse sehr deutlich geworden. So hat man Akiros Janikis, ähm, an der, als Löwentrainer von seinen Äußerungen her noch nicht erlebt. Äh, wie, wie siehst du's? Richtig? Falsch? Dosiert? Wohl getimt? Ähm, richtig. Ähm, ich seh's auch so. So hat man ihn nicht bisher erlebt. Aber die Aussagen ähneln seinem Vorgänger inzwischen ein bisschen. Also jetzt beim letzten Mal. Und in den Tumult sollten wir dann doch nicht wieder reinkommen. Das hat er davor ganz gut immer abgetan. Aber Alarmglocken an, ist es vielleicht wieder das Zeichen, dass es doch nicht ausreichend ist. Es blitzt mal auf, aber halt nicht konstant. Aber es hat ja eigentlich konstant aufgeblitzt, zum, nach seiner Übernahme. Ja, aber ganz ehrlich, wir Niederlagen, da ist mir recht scheißegal, wie lang das aufblitzt. Du musst das Spiel ja auch mal rumreißen. Und da, es reicht halt dann nicht aus. Irgendwo reicht's nicht. Ist es der fehlende Biss? Ist es, ich kann's nicht sagen. Aber die anderen machen ja das Tor. Und es ist ja nicht immer der Lucky Punch der anderen. Nein, also über 90 Minuten, glaube ich, kann man sagen, geht der Sieg für Freiburg dann durchaus auch in Ordnung. Ja, es gab Aluminiumtreffer von 60. Also es gab schon die Chancen. Aber du musst sie halt irgendwann mal auch machen. Was Agiros Janikis gesagt hat, das wohl Prägnanteste war, nach dem Gegentor waren wir kopflos in den letzten 20 Minuten. Und wir waren einfach nicht gut genug, um eine Pressing-Mannschaft wie Freiburg zu umspielen. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade meinst, wo bei dir so der Name Maurizio Jakobacci nochmal in den Kopf kommt. Wobei ich jetzt persönlich jetzt sagen würde, da hat Maurizio Jakobacci andere Sachen noch rausgehauen. Also da sehe ich jetzt, Agiros Janikis noch nicht so weit. Definitiv. Aber der hat auch nicht so angefangen. Es ist halt, meine Güte, so ein Trainerjob, der ist natürlich zum Verzweifeln auch, gell? Also bei 60 München definitiv. Die Frage, die sich mir persönlich jetzt stellt, was ist jetzt die Ausnahme gewesen? War die Ausnahme dieser, acht Spiele, denke ich, müssen es gewesen sein, acht Spiele ungeschlagen Serie, war das die Ausnahme? Oder sind es diese vier Niederlagen in Folge die Ausnahme? Weil es scheint ja irgendwo funktioniert zu haben. Oder es scheint ja gehen zu können. Ist die Mannschaft nicht gefestigt genug, über Niederlagen hinweg zu kommen? Vielleicht ist das die Frage, die man sich stellen muss. Weil sie ja dann immer wieder in diesen Sumpf zurückfällt. Ja, auch ein interessanter Gedanke tatsächlich. Du meinst, dass es halt noch zu fragil war, trotz der acht Spiele ungeschlagen. Ja. Das ist, vielleicht ist es der Moment, dass sie Niederlagen tun weh und Niederlagen musst du verdammt schnell abhaken. Und das war jetzt zu lang. Und sie brauchen halt so lang, das abzuhaken. Also, das ist ein dummes Beispiel. Im Fußball geht es um 90 Minuten und am Ende steht Sieger, Niederlage, Siegerverlierer oder Unentschieden fest. Bei uns im Volleyball ist jeder Punkt entscheidend. Du sammelst Punkte. Du musst so schnell, wenn du einen Scheißfehler gemacht hast, diesen abhaken können, weil es geht ja schon um den nächsten Punkt. Bei 25 hört es auf. Also, wir leben damit, dass es ein Fehlersport ist. Dadurch erhaschen wir die Punkte. Der andere macht einen Fehler oder ich mache den Fehler. Im Fußball kann es natürlich sein, der andere macht keinen Fehler, aber du bist so gut, dass du ihn überspielen kannst. Und einlullen kannst. Aber ich glaube, ihnen fällt es schwer, den schlechten Moment abzuhaken und hinter sich zu lassen schnell. Und jetzt türmen die sich halt auf. Jetzt haben sie vier Niederlagen in Folge. Ja, sehen die den letzten Sieg noch? Nee, den siehst du nicht mehr direkt. Das war das Spiel in Ferl im Übrigen. Ja, ich habe das Gefühl, Sie können, ja, ich weiß es nicht, was es braucht, damit sie da rauskommen. Aber es macht halt den Anschein, dass das der Punkt sein könnte. Julian Guttau hat den Punkt genannt, was jetzt passieren muss. Er hat gemeint, ich denke, wir müssen uns um 180 Grad drehen. Wir müssen wieder das spielen, als wir die Serie hatten. Einfach genau das wieder auf den Platz kriegen mit dem Kampf und das Fußballerische. Und so reicht es einfach nicht in der Liga. Das sind ganz klare Worte, wobei ich jetzt aber positiv das sagen möchte, dass einer wie Julian Guttau, der ja eigentlich auch noch zu den jüngeren Rennen gehört, entschuldige den Ausdruck, die Eier in der Hose, um zu Klartext zu sprechen. Definitiv. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich gut. Finde ich sogar richtig gut. Aber ja, diese 180 Grad Drehung, die muss jetzt wirklich schnell passieren, weil ich möchte mir jetzt nicht ausmalen, wenn am nächsten Samstag gegen Viktoria Köln ein Nuller steht am Ende. Eigentlich ist ein Punkt schon fast zu wenig, um da den Turnaround hinzukriegen. Und lass uns vielleicht tatsächlich auch gerade mal schon diesen kleinen Blick voraus machen, weil ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist. 60 hat ein verdammt mistiges Restprogramm. Viktoria Köln jetzt am kommenden Wochenende, okay, ist ein unangenehmer Gegner, aber ich sag mal, zu Hause auf Giesings Höhen ist das machbar. Nur dann wird es richtig mistig. Also wir nehmen ja hier am Dienstagabend auf, es ist der 2. April, 21.07 Uhr, parallel spielt gerade ein gewisser 1. FC Saarbrücken, um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Dieses Saarbrücken kommt noch nach Giesing und zwar in zwei Wochen. 60 spielt jetzt zu Hause gegen Viktoria Köln, dann geht es nach Regensburg, Dankeschön, dann kommt Saarbrücken, dann geht es nach Haching, dann kommt Dortmund 2, dann geht es nach Essen und am letzten Spieltag geht es gegen Bielefeld. Das ist ein verdammt mistiges Restprogramm. Da muss man jetzt mal auch ganz ehrlich sein, da ist nichts dabei, wo ich sage, da sehe ich jetzt 60 in der Favoritenrolle. Also, sorry, bin ich jetzt auch mal ehrlich, also, da musst du dich jetzt strecken, da musst du jetzt Selbstvertrauen tanken, wie gesagt, am besten schon gegen Viktoria Köln und dann musst du Punkte hamstern. Es geht um nichts anderes jetzt mehr. Da können wir natürlich jetzt im Rückblick auch sagen, diese 8 Spiele ungeschlagene Serie, im Nachgang waren das vielleicht, ich drücke es jetzt mal richtig fies aus, genügend dankbare Gegner, die dabei waren, die dir das ermöglicht haben, kann man natürlich jetzt mit dem Blick zurück auch so ein bisschen wieder relativieren. Gegen Sandhausen daheim ein 1-1 geschenkt, 2-0 daheim gegen Essen, das ist dann ehrlich gesagt ein Ausrufezeichen gewesen, genauso wie das 3-1 gegen Ingolstadt, aber ich sage mal, Verl, Halle, Punkte in Lübeck, Duisburg daheim schlagen, ist es jetzt im Rückblick vielleicht so, dass das dankbarer war, um diese ungeschlagene Serie hinzulegen? Mhm. Ich meine, im Nachgang ist man immer schlauer. Ist das eine steile These vielleicht? Schwierig. Alles schwierig. Wir stecken nicht drinnen. Überhaupt nicht, aber es macht diese Restrunde jetzt verdammt interessant, diese letzten sieben Spiele. Interessanter, als wir es eigentlich vielleicht hätten haben wollen. Weil es hat sich schon deutlich sicherer und besser angefühlt. Eigentlich haben wir sie aus dem Schlamassel schon rausgesprochen gehabt. Es hat ja jeder geglaubt, tatsächlich. Also würde ich jetzt behaupten. Also du hast, ich hatte ehrlich gesagt auch so das Gefühl, dass du, dass die Mannschaft vielleicht sogar gefestigter ist, als es den Anschein hatte. Nochmal, ich möchte diesen Faktor der drei Niederlagen zuvor als gegen Spitzenmannschaft, den möchte ich jetzt nicht komplett wegschieben. Aber gegen Münster und gegen Freiburg, da war nochmal ein Leistungsabfall jetzt einfach da. Ich würde sogar sagen, hättest du einen Punkt in Freiburg mitgenommen, wäre es nicht so schlimm gewesen. Hätte man gesagt so, boah, das ist ein bisschen wenig, aber Hauptsache, man hat mal wieder einen Punkt geholt. Aber jetzt gehst du halt mit der Niederlage aus dem Preiskau, bist du jetzt wieder nach München gefahren. Und jetzt hast du, also atmosphärisch hast du jetzt genau das Gegenteil von dem, was du wolltest. Was ich übrigens falsch finde, es gibt ja jetzt schon wieder die ersten Stimmen, die an Agilos Janikis zweifeln. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen sehr verfrüht. Und welchen Trainer für Schleiß wollen wir wieder hinlegen? Ja. Also, um das Ganze mal so einzuordnen. Also, man muss auch Kritik üben und ich glaube auch, dass Agilos Janikis in Freiburg nicht nur gute Entscheidungen getroffen hat. Glaube ich, kann man schon auch so hinstellen. Aber, man muss immer noch sagen, es ist nicht seine Mannschaft, die er da übernimmt. Er hat da eine zusammengestellte Mannschaft übernommen, die ihre Stärken, aber auch ordentliche Schwächen hat. Er hat da wirklich was daraus gebastelt, wo die Liga erstmal ein bisschen Respekt davor hatte, weil du punktest nicht so konstant, wenn dann nicht doch irgendwas funktioniert. Jetzt hast du den Rückschlag. Das heißt, es ist ja nicht alles sofort wieder schlecht, genauso wie davor nicht alles gut war. Aber, du hast einen Jesper Verlad jetzt verlängert, was ein Ausrufesignal ist. Da hat sich 60 auch, was die Finanzierung angeht, noch ordentlich gestreckt. jetzt muss noch Geld herkommen aus Transfers oder aus findigen wirtschaftlichen Lösungen, dass man da weiter ausbauen kann. Du hast ein erstes Statement gesetzt. Agirius Janikis ist, oder davon ist auszugehen, ist im Austausch mit der sportlichen Leitung, was am Kader verändert werden muss, wo Stellschrauben sind, die man drehen muss. Er hat jetzt eine Gestaltungsmöglichkeit. Der Vertrag von Agirius Janikis läuft ja bis zum Ende der kommenden Saison, wo wir gesagt haben, das ist genau richtig. Es geht darum, etwas aufzubauen. Dementsprechend jetzt schon die ersten Anzähler machen und die ersten Tendenzen, ja und Janikis ist ja im Herbst dann eh schon wieder Geschichte, weil dann fliegt der auch wieder. Finde ich nicht weder förderlich noch angebracht. Auch nicht fair. Nein, gar nicht. Also wir Löwenfans, wir sind schon gerne auch so Schnellschießer. Nichts, es dreht sich wenig so schnell wie der Löwenkosmos, definitiv. Ja, du hast quasi deinen letzten Satz noch nicht beendet, schon hast du einen neuen mit einem ganz anderen, also mit dem Thema komplett 360 Grad gedreht angefangen. Naja, 360, 720. Nein, ja, also das finde ich nicht fair und dafür hat Agidos Janikis einfach zu viel jetzt auch schon richtig gemacht. Nochmal, es ist definitiv nicht alles super gewesen und alles nicht so toll, wie man es vielleicht gemalt hat, es ist aber auch nicht alles so schlecht, wie es jetzt scheint. Es gibt nur ein Ziel, das ist jetzt diese Saison vernünftig zu Ende spielen, schauen, dass du ganz schnell die notwendigen Punkte hast, damit du wirklich nicht mehr unten reinrutschst, dass du nicht ins letzte Spiel gehst und hast so ein, wenn es ganz doof läuft, geht es richtig in die Binsen, dann haben wir nämlich ein Problem, weil ich gehe fest davon aus, dass Aminia Bielefeld am letzten Spieltag, dass es für die noch um was geht, ich habe keine Lust auf ein Do-or-Dive-Spiel hinten raus, wirklich nicht. Bitte nicht. Zumindest nicht in der Konstellation, dass es um einen gegen den Abstieg geht. Ja. Also ich bin, da bin ich auch zu positiv denkend, als dass das noch richtig brenzlig wird, vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv. Die Bösen werden sagen naiv, der sieht optimistisch. Im Sportlichen versuche ich immer so optimistisch wie möglich zu sein, da bin ich jetzt nicht so der Schwarzdenker, ich sage mal in Anführungszeichen im realen Leben bin ich meistens so ein bisschen so der, ich denke immer sehr, sehr defensiv, dann kann ich positiv überrascht werden. Beim Sport ist es komisch genau andersrum, aber nein, es ist ein anspruchsvolles Programm, am nächsten Wochenende, wie gesagt, gegen Viktoria Köln, dann musst du eigentlich den Bock schon umstoßen. Übrigens ohne Tim Rieder, der ist wegen der fünften gelben Karte gesperrt. Ja, nein. Ja, auch das passiert. Ja, lustigerweise, weil wir vorhin auch gesagt haben, es geht noch gegen Borussia Dortmund 2, das Spiel ist übrigens am Wochenende des 4. Mai, das ist also das drittletzte Spiel und das vorletzte Heimspiel in dieser Saison. Borussia Dortmund 2 hat so ein ähnliches Phänomen oder muss gerade mit einem ähnlichen Phänomen kämpfen wie 60. Die waren punktemäßig so richtig bombastisch unterwegs und jetzt haben sie gerade wirklich eine Watschen nach der anderen bekommen. Ich habe mir vorhin mal die Tabelle rausgesucht, die März-Tabelle. Es gibt genau ein Team, das genau wie 60 mit Null Punkten aus dem März gegangen ist und das war der BVB 2. Der hat allerdings noch ein bisschen mehr draufbekommen. 60 hat 2 zu 6 Tore, der BVB 2 hat 2 zu 10 Tore. Schwierig. Ja. Also es geht nicht nur 60 so, allerdings hat der BVB 2 einfach, die kommen von einer anderen Höhe, die sind halt einfach mal von Rang 4 jetzt auf Rang 9 abgerutscht. Das kann passieren, aber die müssen sich in der Hinsicht keine Sorgen machen. Ja, schwierige Gemengenlage, lasst uns vielleicht in diesem Punkt gleich mal vorausblicken, was am nächsten Spieltag noch so auf uns wartet. Es gibt dann doch wieder das ein oder andere sehr interessante Duell. Am kommenden Freitag startet Spieltag Nummer 32 mit dem Duell Ingolstadt gegen Bielefeld. Am Samstag daneben 60 gegen Viktoria Köln spielen noch Lübeck gegen den SC Verl, der SV Sandhausen gegen den BVB 2, Erzgebirge Aue gegen Freiburg 2. Dann, und das ist wirklich das absolute Topspiel dieses Spieltages, Preußen Münster, der neue Tabellen Dritte, empfängt den Tabellenführer Jan Regensburg. Dann haben wir noch Mannheim gegen Haching und am Sonntag dann die Spiele Dresden gegen Saarbrücken, Essen gegen Duisburg und Halle gegen Ulm. Da ist viel dabei und wir haben es ja schon mal so ein gesagt, dieses Aufstiegsrennen wird richtig interessant. Jetzt ist es tatsächlich passiert, Dresden ist aus den Aufstiegsrennen rausgeflutscht, die sind nur noch Vierter. Das hätten die, glaube ich, auch nicht erwartet in der Hinrunde. Glaube ich auch nicht. Und ich weiß nicht, ich habe unseren Tippzettel nicht da, den wir vor kurzem mal zusammengeschustert haben, wer denn wohin marschiert, aber momentan auf den Aufstiegsrennen Regensburg-Ulm und in der Relegation Münster. Ja. Aber ich glaube, irgendjemand von uns hat gesagt, dass Dresden rausflutscht. Ich glaube, irgendjemand hat noch gemeint, dass es Haching noch schafft, aber da ist der Zug leider, also das Löwen sich Gott sei Dank abgefahren. Die bleiben drittklassig. Die werden drittklassig, ja. Allerdings glaube ich jetzt auch nicht, dass ich die noch ein- Findest du diesen Zettel wieder? Ich hoffe es, ich habe leider zu viele Notizzettel, aber ich glaube jetzt so live werde ich ihn nicht finden, auf dem Blog ist er jetzt leider nicht. Und ich möchte jetzt da nicht fünf Minuten aus dem Bild gehen. Nee, das verstehe ich, das ist auch okay. Aber ich versuche den nochmal zusammen zu schustern. Also ich war mir sicher, dass ich gesagt habe, dass Ulm hochgeht. Ich glaube, da waren wir uns einig. Wir waren uns glaube ich nur nicht einig, ob sie den Meistertitel holen. Da glaube ich, waren wir uns nicht einig. Ich habe es Ulm gewünscht, oder? Ich glaube, ja. Wir können, also wir haben heute Folge 140, ich glaube, nach 138, Anja, haben wir glaube ich Tipps abgegeben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Vielleicht hören wir einfach nochmal an. Wir hören uns einfach selber zu. Bevor du den Zettel suchst, hören wir es einfach an, dass wir es einlaufen. Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr euer erstes Trikot bekommen habt? Also ich noch ziemlich genau. Ich war ein kleiner Bub, wahrscheinlich so fünf oder sechs Jahre alt und meine Begeisterung für die Löwen, die begann da gerade so richtig zu wachsen und ich wollte das unbedingt der ganzen Welt zeigen, aber ein neues Trikot, das kam für meine Eltern nicht in Frage, weil ich war gerade im Wachstum logischerweise und nach ein paar Monaten, spätestens Jahren würde mir das Trikot ja sowieso nicht mehr passen. Also musste eine andere Lösung her und wir waren dann eines Tages in einem Secondhand-Laden für Kindermode und da sah ich dieses hellblaue Löwentrikot. Vorne drauf Löwenbräu, hinten leider nichts. Trotzdem war das für mich wie Weihnachten, aber der Flock musste natürlich sein. Martin Max, Nummer neun. Das hatte ich mir ausgesucht, mein großer Held damals und meine Eltern haben mir diesen Wunsch erfüllt, in einem kleinen Sportladen, den es schon lange nicht mehr gibt, seit vielen Jahren vielleicht auch zu Recht, denn der Flock war sehr dick, sehr schwer und ja, überhaupt nicht originalgetreu, sah dem überhaupt nicht ähnlich. Ich habe das Trikot trotzdem geliebt und halte es sogar noch heute in Ehren. Ich weiß genau, wo es ist und ja, vielleicht werde ich das irgendwann mal weiterfärben, mal schauen. Einen zweiten Flock-Fail habe ich auch noch erlebt, beziehungsweise für den habe ich irgendwann selbst gesorgt, vor einigen Jahren. Es war der Start in die Saison 2007, 2008, 60 hatte da gerade 6 zu 2 in Augsburg gewonnen, viele werden sich erinnern, drei Tore Antonio Di Salvo und nach Jahren des Leidens war für mein zwölfjähriges ich klar, das wird die Saison und ich war voller Euphorie und ich hatte damals noch das Trikot aus der Saison nach dem Abstieg müsste es gewesen sein mit B-Win auf der Brust beziehungsweise mit gar nichts auf der Brust. B-Win durfte dann ja nicht Sponsor sein, also hatte ich ein komplett nacktes Trikot. Vorne da nichts drauf, hinten nichts drauf, sehr trostlos und passte eben gar nicht zu diesem furiosen Saisonstart. Also was habe ich gemacht? Ich habe kurzerhand zum Edding gegriffen und mit eigener Hand, mit eigener Sauklaue die Salvo und die Nummer 9 drauf gekritzelt. Eine Vollkatastrophe. Ich habe das Trikot nie wieder angezogen. Es war ja komplett entstellt. Was ich damit sagen will, wenn ihr Phlogs braucht, lasst die Finger vom Edding und auch von irgendwelchen dubiosen Hinterhof-Shops vertraut auf die Experten wie auf unseren heutigen Partner Textiltheater. Das Dachau-Unternehmen bedruckt und bestickt Textilien für Firmen, Vereine und auch für Events. Und die Experten der Firma haben 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Textilenveredelung. Davon profitieren zum Beispiel Handwerksbetriebe beim Bedrucken und Besticken von Arbeitskleidung, aber eben auch Fußballmannschaften oder andere Sportmannschaften. Es muss ja nicht immer Fußball sein, habe ich gehört. Oder Anja, die kann da ein Lied davon singen als frischgebackene Volleyball-Bayern-Ligermeisterin. Die Macher von Textiltheater sind nicht nur Sport, sondern auch fußballbegeistert und im Speziellen auch Löwen begeistert und haben deswegen eine ganz besondere Leidenschaft für das Design von Trikotsätzen. Also auch für euren Trikotsatz ist da ein passendes Design dabei und das ganz ohne Erdinkritzelein. Unter www.textiltheater.com findet ihr alle weiteren Infos und Kontaktdaten für Anfragen. Und das Beste, es kommt jetzt noch, denn wenn ihr dabei den Code BERGFEST18 angibt, BERGFEST18, bekommt ihr 18% auf eure gesamte Bestellung. Den Link zur Seite, den gibt es auch in den Shownotes. Anja, was wir heute aber machen wollten, weil wir ja fest davon ausgehen, dass 60 drittklassig bleibt, wir wollen mal einen Blick nach oben und einen Blick nach unten werfen, denn nicht nur die, ja, ich traue mir Sachen, denn wir sind ja in der finalen Phase der Saison schon langsam und deswegen kristallisiert es natürlich oder kristallisieren sich jetzt die Vereine raus, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in der nächsten Saison drittklassig spielen. Wollen wir vielleicht erstmal auf Liga 2 gucken? Ja. Gucken wir mal erstmal ins Oberhaus. Da sind mittlerweile 27 Spiele gespielt, das heißt auch da sind es noch 7 bis zum Saisonende und was wir glaube ich sagen können, herzlich willkommen zurück VfL Osnabrück, die sind Tabellenletzte, haben 9 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, also ich glaube, da muss man jetzt nicht der große Prophet sein, die kommen wieder runter. Schade für den VfL, die ja so spektakulär Last Minute aufgestiegen sind, aber eine Mannschaft, die oder auch ein Standort der dritten Liga durchaus gut zu Gesicht steht, glaube ich, können wir glaube ich so feststellen. Ja. Aber dann wird es richtig interessant, denn zwischen Platz 17 und Platz 12 sind es 3 Punkte und wir haben in der Verlosung, ich gehe jetzt von unten nach oben, Hansa Rostock, 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, Schalke 04, 1. FC Magdeburg und Wehen Wiesbaden. Einen von denen erwischt es definitiv. Wünsche, Befürchtungen? Schalke. Wunsch oder Befürchtung? Beides. Oder beides? Beides. Die Krux an der Sache mit Schalke, soweit man hören kann, wäre ja noch nicht mehr gesichert, ob die die Drittliga-Lizenz kriegen. Das heißt, wenn es ganz doof läuft und die erwischt es wirklich, dann könnten die durchrauschen. der Löwe 2017. Können Sie ja mal bei uns nachfragen, wie das läuft. Ich sage mal so, das wünscht man wenigen. Ganz wenigen. Ich muss sagen, der Gedanke, in der Liga wieder zusammen mit Schalke 04 zu spielen, der ist charmant, den hätte ich allerdings gerne in der zweiten Liga und nicht in der dritten. und die dritte wird es wohl nicht werden. Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass es Königsblau nicht da bräselt, weil das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ansonsten, das sind eigentlich nur attraktive Namen. Sagen wir mal Wehen, Wiesbaden, so ein bisschen ein, wo wir uns einig sind, sportlich sehr, sehr interessant. Von der Strahlkraft jetzt zwar wenig, aber sportlich sehr interessant. Aber ansonsten sind das nur große Namen mit einer, auch mit einer Strahlkraft und auch einer Fanbase. Eine mehr als bemerkenswerten Fanbase. Und ich fürchte, ich fürchte, dass es Kaiserslautern tatsächlich erwischt. schön ist es natürlich, dass es dann für 60 wieder auf den Betzenberg geht. Schön ist es natürlich, dass der erste FCK zu 60 nach Giesing kommt. Das ist ein Volksfest. Da ist ja die, ich sag mal, die Völkerverständigung mit den Feldern nicht schwer. Hashtag Fanfreundschaft. Für den FCK an sich wäre es ein GAU. Definitiv. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, lautern könntest du wischen und Hansa sehe ich dann eher noch in der Relegation. Also mein Tipp wäre Lautern runter, Osnabrück runter und Rostock in der Relegation. Und das wäre wirklich, also in der Hinsicht, ich wäre sogar ein bisschen überraschend, weil Eintracht Braunschweig hat es lange Zeit auch nicht gut ausgesehen. Aber die sind mittlerweile auch 15. Und da habe ich auch das Gefühl, dass die sich insoweit gefangen haben, dass sie es schaffen, drin zu bleiben. Ja, das glaube ich auch. Die kommen nicht. Also, momentan wäre lautern Relegation Rostock Osnabrück direkt runter, wenn es jetzt so bleiben würde. Aber wie gesagt, da ist die Einzige, wo ich sage, da würde ich einen Haken dahinter machen in Osnabrück. Ansonsten nochmal, Wien, Wiesbaden, Magdeburg, Schalke, Braunschweig, Lautern, Rostock. Schon hart. Das ist hart. Ich, irgendwie zieht da am Saisonende an den letzten ein, zwei Spieltagen für mich schon wieder dieses Szenario auf, dass es wieder darum geht, du hängst am Radio bis zur letzten Spielminute. Dann weißt du es erst. Und dann musst du noch irgendwie fünf Minuten warten, weil im anderen Stadion noch gespielt wird. Also, ich sehe da schon wieder auf uns zukommen. Und hoffentlich halten dann diesmal die Internetmasten die Last aus, weil da gab es ja im letzten Jahr so ein bisschen eine Misskommunikation in dem einen oder anderen Stadion, wo es geheißen hat, da wird schon nicht mehr gespielt. Und dann, oh, die spielen ja doch noch. Das wünsche ich niemandem. Nee, das wünsche ich auch niemandem. Aber liebt man nicht auch deshalb Sport, weil es sich in den letzten Minuten entscheidet und weil man dann, also klar, man hat es gerne selber in der Hand, aber wenn es am letzten Spieltag um alles geht, da bin ich Sportler durch und durch, das ist geil. Natürlich ist es geil. Mir geht es darum, mir geht es darum, die Misskommunikation, dass du nicht eine falsche Info schon wandert und dann kriegst du es nochmal richtig auf die Fresse. Also, darum geht es mir. Aber grundsätzlich zu dieser Spannungsmoment, wenn du nicht selber betroffen bist, also, wie gesagt, ich muss es nicht haben. Ich muss es wirklich nicht haben. Gut, dann war das der Ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, also wir hatten ja Aufstiegspiel. Glückwunsch zum Aufstieg, liebe Anja. danke, danke, nicht jeder wird Meister. Wir haben Samstag, Sonntag gespielt und unser direkter Kontrahent hat Samstag gewonnen, also mussten wir quasi, wenn wir gewinnen, war klar, wir sind Meister mit vier Punkten Vorsprung, weil wir am nächsten Tag noch gegen die gespielt haben. so schön es ist, in dem Moment Meister geworden zu sein, so gerne hat mir mein Sportlerherz gesagt, ich weiß, du wolltest dieses Spiel nicht verlieren, Anja, aber es wäre geil gewesen am Sonntag, wenn die ersten und den zweiten einen Punkt trennen und dann musst du es beweisen. Also, das allerletzte Spiel der Liga entscheidet über Meister und Relegation. Es kann mir keiner erzählen, dass er so ein Spiel nicht möchte. Ja. Kann ich nachvollziehen. Also du bist, wenn es um den Abstieg geht, bist du natürlich immer der Blöde dann. Mhm. Aber, ja, oder der Traurige um den Aufstieg, aber diese Geschichte, die da geschrieben wird, dann, die bleibt einfach. Werder Punkt. Natürlich, werder Punkt. Lieber Anja, lass uns zwei Etaschen tiefer gehen in die Regionalliga. Ja. Weil da tut sich dann doch ein bisschen was. Bevor ich da jetzt nochmal irgendeinen Schmarrn verzähle, ich vergewissere mich nochmal, wer in die Playoffs nämlich dieses Jahr muss. Es gibt ja immer noch diese unsäglichen Playoffs. In diesem Jahr ist das Duell Nord gegen Bayern. Also nur einer von den beiden steigt auf. Das heißt, Südwest, West und Nordost gehen direkt hoch. Um das mal ganz klar zu sagen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch erst mal nach Nord und nach Bayern. Da ist es diese Fifty-Fifty-Shows. Und bei Bayern können wir es relativ fix machen, denn die Würzburger Kickers haben sieben Punkte Vorsprung mit einem Spiel weniger. und dazu kommt, dass von den Verfolgern weder die DJK-Filzing noch der TSV Aufstatt haben für den Aufstieg gemeldet. Das heißt, das Thema ist eigentlich in der Zeit schon durch. Also, der bayerische Vertreter sind die Würzburger Kickers und dann springen wir in die Regionalliga Nord und da ist es dann doch ein bisschen interessanter, weil da müssen wir ein bisschen rechnen. Da ist Tabellenführer momentan die zweite Mannschaft von Hannover 96, die hat 60 Punkte, elf Zähler dahinter, der erste FC Phoenix Lübeck, jetzt kommt das große Aber, die haben drei Spiele weniger. Das heißt, wenn die ihre drei Spiele gewinnen, dann bist du halt bei zwei Punkten Rückstand. Hätte, wenn, klar, muss man wieder rechnen. Und auf Platz drei übrigens der SV Meppen mit 49 Punkten, der hat allerdings nur ein Spiel weniger als Hannover zwei, das bedeutet, die könnten auf maximal acht Punkte Abstand rangen rücken. Auch dort sind es insgesamt noch sieben Spieltage, für Phoenix Lübeck sind es deren zehn. Ich sage mal, Meppen können wir abhaken, leider hätte ich ehrlich gesagt ganz cool gefunden, die wieder in Liga 3 zu sehen, aber es wird sich wohl hier entscheiden, zwischen Hannover 96, 92 oder dem 1. FC Phoenix Lübeck und jetzt schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Grundsätzlich mag ich das Thema mit diesen zweiten Mannschaften in der dritten Liga nicht. Es gibt nur ein Aber. Die profitieren ja nicht von dem Fördertopf, von den Geldern, die da ausgeschüttet werden, weil die ja quasi den großen Geldgeber der Profiabteilung haben. Das heißt, je mehr Zweitvertretungen in Liga 3 sind, desto höher der Anteil an finanziellen Einnahmen für 60 München. Ich bleibe aber trotzdem dabei, es geht ja um den sportlichen Wettbewerb und deswegen möchte ich ehrlicherweise keine zweiten Mannschaften da drin haben. Freiburg 2 wird runtergehen, der BVP 2 bleibt drin, so what? Aber momentan wäre wie gesagt das K.O. Duell Hannover 96-2 gegen die Würzburger Kickers. Einer von beiden. Mit der Option Phoenix Lübeck. Hättest du einen Favoriten? Würzburger Kickers. Einfach aus bayerischer Sicht, ne? Total. Kenne ich überhaupt nicht. Wohin läufst du denn? Das ist ein guter Moment, dass du kurz weggehst, weil ich muss meinen Strom auch anstecken, weil sonst seid ihr auf einmal weg. Ja, so auf der Zielgerade von diesem Stammtisch kommt man jetzt einfach, ich schmeiß den nicht mal. Heute läuft wieder nichts bei mir rund. Ich schmeiß meinen Stift weg, bei dir geht der Strom aus, es ist wunderschön. Nee, Würzburger Kickers. Gefällt mir einfach, also gefällt mir alles besser da dran. Was wiederum nicht so schön ist, ist nichts, sorry liebe Würzburger Kollegen, aber die Flyer Alarm Arena oder wenn die immer noch so heißt, ist jetzt nicht unbedingt das Stadion, wo man gerne hinfährt, ist ein anderes Stimmt, aber Würzburg ist so eine schöne Auswärtsfahrt, wenn das an so einem sonnigen Tag ist. Du siehst einfach aus dem Gästeblock nichts, aber ansonsten. Ja, dann gehst du halt davor oder danach noch schön da auf die Brücke, trinkst ein paar Weindoll und dann ist das Löwenspiel auch gleich viel erträglicher. Vielleicht gut, dass du es nicht sieht, wenn man da nicht so viel sieht, ja. Vielleicht gehst du gar nicht mehr in die Flyer nach dem Arena. Auch eine Option, fährst einfach hin und machst Wein-Tasting. Hier mit Fluss und der Stadt im Hintergrund ist auch ganz schön, ich nehme einfach dann den Sonderzug wieder nach Hause. Was natürlich kurios sein könnte, was möglich ist, der VfB Lübeck steigt ab und der 1. FC Phoenix Lübeck steigt auf. Das wäre auch irgendwie kurios. Wunderlich, das wäre aber auch wieder witzig dann wieder für die Liga, oder? Irgendwie schon, ja. Irgendwie schon. Spannende Situation jedenfalls. Also, es geht Nord gegen Bayern, einer von beiden kann nur hoch, da geht es in die Playoffs. Dann schauen wir nochmal weiter in die Ligen, wo es definitiv einen Aufsteiger geben wird. Gehen wir mal weiter nach Nord-Ost. Da ist noch alles drin, weil das sind die Top 3 innerhalb von drei Punkten. Tabellenführer ist der Greifswalder FC, auf Rang 2 Energie Cottbus und auf Rang 3 der BFC Dynamo aus Berlin. Ich sag mal, so der wahrscheinlich oder das Team mit der geringsten Strahlkraft des Tabellen führt, also der Greifswalder FC. Für die bin ich aber. Warum? Jamek Bandowski spielt da. Oha. Wenn ich mich nicht täusche, müsste er da spielen. Das googeln wir mal nach. Aber der müsste mittlerweile auch ein paar Jährchen auf dem Rucklam. Ich hätte ihn älter geschätzt, er ist mittlerweile 30, am 30. März 30 geworden. Und er spielt beim Greifswalder FC. Ah ja. Hat ja auch mal ein zeitlanges Löwentrikot getragen. Ja genau, deswegen bin ich definitiv dafür. Wie lange läuft denn sein Vertrag? Der endet im Sommer. Ja. Aber der hat es ehrlicherweise nicht so viele Spiele gemacht. Das stimmt, aber der war glaube ich verletzt mal wieder zwischendurch. Der war da schon mal, so viel ich weiß. Und deswegen glaube ich, würde er den Schritt schon mitgehen, wenn er die Chance kriegt. Wenn er die Chance kriegt. Aber ja, also es könnte also zum Wiedersehen kommen mit einem Ex-Löwen, was wir ehrlicherweise selten befürworten, einfach aus dem Grund, weil die immer gegen uns treffen. Weil die immer gegenseitig treffen, genau. Also der Kreisfalder FC momentan vorne, dahinter Energie Cottbus und der BFC Dynamo Berlin. Das sind natürlich noch zwei dicke Fische, die da in der Hinterhand sind. Und da wäre, also ich weiß es nicht, ob es der Kreisfalder FC wird. Ich glaube eher nicht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es Energie Cottbus macht. Von der Attraktivität der Auswärtsfahrt wäre es natürlich Berlin eine Reise wert. wobei ich jetzt sage, BFC Dynamo weiß ich nicht, ob ich so super fände. Da würde ich eher noch mit Energie Cottbus gehen. Aber so grundsätzlich von der, ich glaube so von den Möglichkeiten einer Auswärtsfahrt, von dem, was du einfach drumherum machen kannst, ist Berlin super. Ich war auch schon mit 60 beim Auswärtsspiel bei Union Berlin. Da ist halt so ein Wochenendausflug. Berlin ist halt schon was Feines. Ja. Was wäre da so dein Favorit? Ah ja, hast du gesagt, Kreisfalder FC. In dem Fall. Hier mit dem Underdog. Ja, du gehst mit dem Underdog. Dann gehen wir in die Regionalliga West und da scheint, scheint eigentlich alles klar zu sein, denn der unangefochtene Tabellenführer ist ein alter Bekannter. Es ist Alemannia Aachen. Die haben elf Punkte Vorsprung, sieben Spiele vor dem Ende und ich glaube, da kann man den Sekt kaltstellen und ich glaube, da gibt es wenige, die es nicht geil fänden, wenn Alemannia Aachen endlich wieder in den Profifußball hochkommt. Wenn du überlegst, dieser immer noch vergleichsweise neue Tivoli, die Fanbase, die da immer noch dahinter ist, das ist schon, das fehlt. und es ist erschreckend, wie lange Alemannia Aachen da halt schon in der Viertklassigkeit rumkrebst. Wobei ich jetzt sagen muss, selbst der Tabellenzweite fände ich cool, wenn der aufsteigen würde, das ist nämlich der Wuppertaler SV, fände ich auch sehr stark, aber auch cool, ja. Ich glaube, da kann man, ja, wir gratulieren jetzt einfach Alemannia Aachen. Das ist immer mal so gemein. Gratulierst du schon? Ich gratuliere einfach schon, ich habe da ein gutes Gefühl. Auf Platz 3 den 1. FC Bocholt, jedenfalls 11-Punkte-Rückstand, würde ich jetzt mal abschreiben. Wenn überhaupt noch mit Anden, dann könnte vielleicht noch der Wuppertaler SV randrücken, aber ich meine, es sind sieben Spiele 11 Punkte. Also, ich glaube da nicht dran. Da ist für mich Aachen zugefestigt. Ja, dann. Ab auf den Tivoli. Ich gehe auch mit Alemannia. Ab auf den Tivoli für den Löwen. Und dann kommen wir in die Regionalliga Südwest. Ja, da ist es auch noch spannend, vor allem, weil es da auch wieder darum geht, dass nicht alle dieselbe Spielanzahl haben. Momentan Tabellenführer, was ich auch sehr cool fänden würde, die Stuttgarter Kickers. Die haben 50 Punkte auf dem Konto. Zwei Punkte vor den zwei Platzierten vor der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim. Die haben aber auch ein Spiel weniger. und auf Rang drei mit fünf Punkten Rückstand auf die Kickers der VfB Stuttgart. Zwei. Und ja, dahinter wird es dann nochmal, da hängen noch ein paar Teams mehr dran, die noch auf Schlagdistanz sind. Da ist ungefähr auch noch Eintracht Frankfurt. Zwei. Dann, für meinen Geschmack, einer der schönsten Namen von Vereinen, die ich je gelesen habe. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnertz. Wenn mich nicht alles täuscht, ist irgendwie Borussia Fulda noch mit dabei. Also, ich glaube, es ist daraus hervorgegangen. Aber, ganz ehrlich, Stuttgarter Kickers wieder in der dritten Liga. Ja. Auch eine schöne Auswärtsfahrt da auf die Wedau. Definitiv. Die hätten es auch verdient. Ja, kann man machen. Wäre mir jedenfalls lieber als die zweite Mannschaft vom VfB oder von der TSG. Sind wir wieder beim Thema. Jetzt auch willkommen heißen, ja. Dann eher noch ein VfB. Wenn es eine zweite Mannschaft werden müsste, dann vielleicht noch eher der VfB. Aber mit den Kickers würde ich mitgehen. Ich auch. Dann kann man eigentlich festhalten, es sind eigentlich nur attraktive Mannschaften in Verlosung, sowohl was den Abstieg angeht, als auch mit kleinen Auf- und Abs noch bei den Aufsteigern möglichen Aufsteigern aus der Regionalliga. aber das sind eigentlich nur attraktive Namen. Schon bemerkend. Du meinst quasi, oh, ist gar nicht so schlimm, dass wir nicht aufgestiegen sind diese Saison. Hauptsache drinbleiben. So werde ich das jetzt nicht sehen. Also, ich sehe das ja inzwischen, also, ich versuche ja nichts mehr irgendwie negativ zu sehen oder so. Weil es auch schon immer das Positive rausziehen. so, dass man immer ein bisschen drüber schmunzeln kann. Ich finde sowieso, man muss viel mehr schmunzeln. Man muss viel mehr schmunzeln und man muss versuchen, wirklich das Positive rauszuziehen. Und der Löwe ist eigentlich an sich was Geiles. Also muss der Humor auch immer mit dabei sein. Und auch wenn es Geigenhumor ist. Aber nichts Schlechtes, wo nicht auch was Positives dran ist. Ja, natürlich würde ich 60 nächstes Jahr gerne in der zweiten Liga sehen, wo ich 60 definitiv wenn man nicht sehen möchte, ist in der Regionalliga. Und ich sage mal so, dieser, in Anfangszeichen, Schmerz des verpassten Aufstiegs, der geht so ein bisschen runter, wenn ich sehe, welche Teams nächstes Jahr nach Gießen kommen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich sage mal, die Attraktion Dann ist nimmer so schlimm. Ja, das ist ein Pflaster auf die Wunde. Ja. Vielleicht können wir es so festhalten. Also, deswegen, wir hoffen einfach auf einen besseren April als den März. Sogegenmaßen ist es schwer. Hoffen wir einfach nicht, dass es sich bewahrheitet. April, April, der macht, was er will. Aber selbst das würde implizieren, dass so ein Das stimmt, aber meistens ist der immer so ein bisschen negativ impliziert beim April. Ja. Da kommt dann wieder der Schneeregen und du hast schon deine ganzen Wintersachen weggebracht. Und wenn man das so auf den Fußball rüberbringt, dann hoffen wir, dass das Sprichwort positiv da für uns ausgeht. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich definitiv auch. Ich hoffe einfach auf den, auf die Weisheit, auf die Bauernregel, die ich am Anfang dieses Stammtisches gesagt habe. Was der März nicht will, holt sich der April. So sei es denn bitte. Die ganzen Punkte, die man im März nicht geholt hat, die bitte jetzt einfach im April holen, dass da ganz schnell Ruhe im Karton ist. Liebe Anja, machen wir den Deckel drauf auf die 140. Ein kleiner Seitblick vielleicht noch, weil wir ganz gerne mal gucken wollen, was haben denn so die anderen Löwen-Mannschaften gemacht. Es war ein bisschen ruhigeres Wochenende. Ja klar, es war Ostern. Die Löwinnen haben getestet, die erste Mannschaft gegen den SV Geroldshausen. Ein 2 zu 2 Last-Minute-Ausgleich durch Silke Dehling. Übrigens nochmal Höherempfehlung auf Folge 139. In der letzten Stammtisch war nämlich genau die Silke bei uns zu Gast bei unserem Löwinnen-Special bitte da gerne nochmal reinhören. Sehr empfehlenswert. Toll, was die Mädels da machen. Absolut empfehlens- und hörenswert und auch besuchenswert übrigens auch die Spiele der Löwinnen. Ansonsten, die Profis haben wir ja schon drüber diskutiert, 0-1 bei Freiburg 2. Und die U21, die ist ein bisschen unter die Räder gekommen in der letzten Woche. 0 zu 6 beim Kirchheimer SC. Beim Tabellenletzten. Da war Frank Schmöller not amused. Verständlicherweise. Aber ansonsten, an diesem Wochenende sonst nichts los. Am kommenden Wochenende gilt es dann wieder da Daumen drücken für alle Löwen-Mannschaften. Anja, machen wir einen Deckel drauf. Liebe Grüße an Alex. Nochmal nach Südafrika. Ab nächster Woche hoffentlich auch wieder an diesem Stammtisch. Dann wird es auch mal Zeit auf den Alls da wieder ausgraben. Definitiv. Der ist schon wieder eingeschlafen. Ja, den müssen wir aufwecken. Den müssen wir aufwecken. Dann verweisen wir wie immer auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Folgt uns da gerne. Verpasst ihr nichts, was wir hier an diesem Stammtisch schreiben. Abonniert diesen Podcast, empfiehlt uns weiter. Möglichst hohe Sternebewertungen freuen und helfen uns. Fänden wir super. Ansonsten verbleiben Anja und ich nochmal im Duo mit den besten Grüßen von Münchens Löwen-Stammtisch. Bleibt es gesund, bleibt es freundlich, bleibt es bitte auch immer noch optimistisch und bleibt es vor allem eins. Löwens lang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Riesengerät. Servus. Billoals de слmdchensäuer ráin Pne Arful Dame extern die au s tot los dear sie Untertitelung des ZDF, 2020